Seid gegrüßt und willkommen auf unserem offiziellen Rise of Kingdom Channel. Wir haben ein neues Gewinnspiel gestartet. Bitte prüft die Voraussetzungen für die Einreichung von Beiträgen, für die Verlosung von Preisen. Alles ist in den Regeln erklärt, also schaut bitte nach. Und vergesst nicht, den Subscribe-Button zu drücken und die Benachrichtigungen einzuschalten. Ich erinnere mich, dass ich alle meine Edelsteine für das Truppentraining ausgegeben habe, um mindestens 10 Skulpturen von Tomiris zu bekommen, aber alle 9 Truppen während der nächsten Phase, dem Killing-Event, verloren habe. Ich habe trotzdem meine Belohnung bekommen, also war es das wert. Es ist schwer, um den Titel mächtigster Stadthalter zu kämpfen. Vor allem, wenn es keine Königreichsregeln gibt. Erzählt uns in den Kommentaren von eurem denkwürdigsten, mächtigster Stadthalter-Event. Um teilzunehmen, musst du folgende Voraussetzungen erfüllen. Erstens, abonniert unseren Channel. Nur wer abonniert, kann teilnehmen und wird belohnt. Zweitens, den Like-Button drücken. Drittens, schreibe deine Geschichte in den Kommentarbereich. Und ganz wichtig, vergiss nicht, deine Stadthalter-ID zu hinterlassen. 50 glückliche Stadthalter erhalten folgende Preise. 200 Edelsteine, 2x3 Stunden Speed-Ups, 5x60 Minuten Speed-Ups. Eine ausgeweitete Armee-Erweiterung. Vergesst nicht zu abonnieren, den Like-Button zu drücken und Benachrichtigungen einzuschalten. Wir sehen uns nächste Woche hier zur Bekanntgabe der Gewinner mit weiteren Wettbewerbern und natürlich mit tollen Inhalten zu Rise of Kingdoms. Viel Glück für euch alle und bis bald!